So, ich möchte heute ein kurzes Video für die Nadine aufnehmen. Und zwar habe ich die Nadine über YouTube-Videos kennengelernt, habe mir dann ein Coaching gebucht und habe mir auch ihre drei Online-Videokurse gekauft und kann dazu ein kurzes Feedback geben. Das Erste, was ich gemacht habe, die toxischen Felder. Dadurch habe ich begriffen, dass wir in dunklen Feldern drinstecken und habe aber auch gelernt, dass wir aus diesen Feldern aussteigen können und dass wir unser Herz, erst einmal unser toxisches Herz entfernen dürfen, müssen und wenn ich in meinen Herzraum gehe und reinschaue, dann sehe ich statt eines dunklen Herzen ein goldenes, hell, erleuchtetes Herz und es ist mit einer Übung in ihrem Kurs ist es geschehen, dass man sein Herz von dunkel auf hell verändern kann. Die toxischen Felder, so wie sie das nennt, sind sehr spürbar in unserem Bewusstsein, weil wir immer wieder in die Tiefe gehen, immer wieder in Situationen stecken, wo wir meinen, dass wir überhaupt nicht rauskommen und durch ihre Übungen, zumal ihre Krakenübungen, die finde ich zu 100% toll, sind wir ganz schnell wieder in unserer Mitte, in unserer Energie, in unserer eigenen Energie und dadurch haben wir unendlich mehr Schwung. Ihr Kursware sein, den ich vor zwei Wochen mir gekauft hatte, dadurch haben sich sogar meine dunklen Gedanken verändert, also die Gedanken sind nicht mehr so schwer in mir und wenn, dann sind sie sofort im Bewusstsein und ich merke, dass ich meine Gedanken verändern kann und es geht ganz schnell, ich bin ganz schnell wieder in meiner Mitte und bin freudvoll und wenn ich in der Früh aufstehe, dann frage ich als erstes, muss ich spicken, jeden Früh frage ich, was ist das Beste heute für mich, frage ich einfach mein wahres Sein und dadurch bin ich unendlich schnell in einer hohen Schwingung und richte meinen Tag auf Schönes aus und kann das ganz oft halten, also es gibt immer wieder Situationen, wo man dann reinfällt, wo man in ein tiefes Feld kommt, in ein dunkles Feld und es geht darum, das zu trainieren, dass wir das erkennen, dass wir gerade in einem tiefen, dunklen Feld sitzen und durch die Übungen können wir uns ganz schnell wieder daraus befreien. Ja, ich wünsche allen ein wunderschönes, freudvolles Leben, macht die Übungen, trainiert, hört euch die Videos an, also ich bin begeistert, weil es mein Leben einfach total verändert, jeden Tag ein Stückchen mehr, ich bin freudvoll, ich komme ganz schnell wieder in meine Freude, in meinen Humor, in meine Power natürlich auch, die ich brauche, um zu arbeiten, da ich Heilpraktikerin bin und auch im energetischen Bereich arbeite, ja. Und da brauche ich den ganzen Tag Power und die steht mir jetzt wieder, dank Nadine, zur Verfügung. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit.